Jetzt fahren wir tanke rechts, okay. Ich hoffe so deep, dass die uns nicht raiden während des Events. Man darf nicht raiden. Aber nicht, dass die oben dann vor der Base hocken, wenn wir kommen. Ach egal, dann machen wir weg, dann haben wir wenigstens einen fairen Fight. Unter dem Felsen. Ach ja, ich seh den Fluss. Check schon aus. Das ist aus und nichts zu hören. Versteck aus. Ah ja, scheiße, ich fahre direkt rein. Fahrbar rückwärts rein. Ja, ja. Warum schaut der Fluss tief aus wie alle anderen? Er ist nicht tief aus, du kannst rein. Sollen wir da auch rein brettern? Yes. René, Arthur, aussteigen. Das ist jetzt mal ein Häufchen hier in dem Busch, die erste Mine, die ich platziere. Mach doch 100 Meter noch eine Bede. Mahlzeit. 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 Wir sind schon im nächsten Wald vorgerückt. Wir sind schon in der Base drinnen, äh in der Stadt drinnen. Ach na, natürlich. Hätte ich einen zweiten Account würde ich das echt bringen beim Event. Einfach random auf dem Server joint event starten, Digga. Ich zahle doch mal hinstellen und zur Decke strecken. Ich schwöre. Du hast die rechte Hand heben. Wenn der Rücken tot geht, die nächsten drei Stunden wird nicht bewegt. Gepinkelt wird nur eine Flasche. Du bist so, Alter. So wie Chris, Alter. So wie Chris, Alter. Wie Chris, der fertige, der hat gerade eine Flasche gepisst. Was? Ja, ey, aber sei mal ehrlich, Alter. So einen willst du noch haben, dass er dir den Rücken deckt, oder nicht? Nimm einfach, kopp dir einen Laptop, einen Gaming Laptop und dann zockst du auf der Toilette. Jetzt mal ohne Scheiß, so eine Wolvik Flasche, so mit einer fetten Öffnung. Passt doch. Ja, das geht gut, ja. Ich kann auch in eine Karpelsonne pissen. Wir gehen in den Strohhalm einstücken. Die Strohhalm, das ist doch geil. Billy, wenn das nicht mit dem Video ist, bin ich richtig fisch, Alter. Doch, das same, Alter. Perfekt. Feier ich. Einmal bitte zur Seite. Den kriegt er über der Mauer ein. Noch eine Minute, haltet euch bereit. Wir sehen sogar schon die Stadt. Ja! Da wurde ein Schwein getriggert, rechts von uns. Ja. Und hinlegen. Wir können ja nicht hier die Sorte, Alter. Checkt nicht. Ja, wenn wir von hier crouchen müssen. Das ist ein Hase. Da haben wir uns selbst gerade gefilmt haben, als wir auch gerade zu uns losgerannt sind. Rucksack. Der. Nochmal eine Kiste. Aber kein Stand, oder? Negativ. Wollen wir schon mal weitergehen, weil... Und kurz Bienenpillen. Na komm, Alex. Lalalalalala. Na, Cut dabei. Oder sonst, Billy, mach du. Das ist nur ein Rostiges. Alles dabei. Oben rostig der Eier offen. SVD-Tiger. Danke für die Munition. Du... 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 Wie viel Max sind da drin? Eins und... Öffnen. 20 Schuss. Nice. Gibt mir mal 10. AK Max. Oh, Trommel. Ich glaube, ich habe die Summe. Separat dabei. Die nächste. Ach, ne. Die Waffen hier. Ich habe nur eine Waffe. Soll ich die mitnehmen? Oh, Jungs. Über die Munition mitnehmen. Ich bin gespannt, wann die ersten Schüsse fallen. Dann... Kann ich die Munition mitnehmen? Oben knacken? Ist oben ist offen. Oben ist alles offen. Wollen wir die Munition mitnehmen? Ja, nein. Steps? Achso, Angela. Mach die AK-15 fertig. Sonst mach mir mal ein Mac voll. Ja, ich bin zu dir hier. Ich habe gar nichts genommen. Der Alex hat das genommen. Ich habe die Station sehen, dass er noch nicht getriggert ist. Ja. Es ist irgendwie zu ruhig. Ja. Ich sage, die werden alle ein bisschen chillen. Ja. Versuchen dann von außen Leute wegzumachen. Wir müssen ein Haus mit einem Schrank finden. Wollen wir die bereits Fuß fassen auf einem Haus auf der gegenüberliegenden Seite? Ich wollte gerade sagen, Mario, da liegt ein Scope. Mario? Ja, habe ich gesehen. Ach, das ist ein Jagd-Ziefenrohr. Weg mit dem Schmutz. Gehen wir alle los, oder wie? Nee, wir gehen zu dritt erstmal hier ins nächste Gebäude. Ich wollte gerade sagen, ja, ja. Stück für Stück. Vorsichtig, ein Fenster. Zombie links von uns. Kommt. Du hast ein Bajonett für die AK. Da hinten ist eine Tankstelle. Kommt. Mach auf, du machst den Zombie. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Ich meine, das ist eine Tankstelle, Alter. Komm wieder rein. Weg müssen. Ich habe ein gutes Gefühl bei dem gegenüberliegenden Haus, Alex, das doppelsteckige. Ja, check ich auch. Oh, Max, ich sehe auch ein Haus, was gut sein könnte. Soll ich es vorpushen? Ich kann das vormachen. Ich forsch vor. Max, von uns aus. Die Türke nach. Vielleicht links in dem Westen, das Haus, da kannst du das Dachgeschoss oben rein. In den Speicher. Ja, 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 ja. Was könnte verdammt gut dann auch dafür sein? Hier ist die Wandertasche. Hier sind Zombies, ich mach die. Keine Kiste. Haus ist leer. Wer ist denn das noch bei uns? Keiner mehr, oder? Doch. Wer ist denn das noch bei uns? Keiner mehr, oder? Doch, Phil. Doch, Phil. Doch, Phil. Bro, lass dich mal ganz kurz vorbei. Ich bin hinten im Wald drinnen. Und muss das Haus im Westen checken, Max? Machst du ein Bayonet dafür? Ich hab hier ne Kiste. Nahkampfexpert. Mit Helm. Und Weste. Kisten sind leer. Hier ist ein Combat Helm, falls den einer braucht. Ein was? Combat Helm. Ah, ich setz den auf. Ich setz den mal auf. Das ist geil, Alter. Was du? Da. So, bin wieder da. Nice. Schrank gefunden. Nice. Police Station. Nice. Okay, Police Station halten wir. Willi, willst du irgendwas... Achso, nee, Combat Helm, dann zieh ich den an. Ich hab den. Hier, hier ist noch einer an der Kiste. Achso, ja, easy. Da war noch eine Kiste, nämlich. Dann lass Police Station hoch. Fahrzeug! Fahrzeug! Direkt Police Station, die fahren hier durch. Ja, ich... Ich hab Kontakt. Lass doch nicht drauf schießen. Verstecken. Ah, ne, die fahren durch. Ich hatte schießen können vorher. Negativ. Fahr nicht durch. Stehen wieder. Ja, blauer. Ich geh oben auf die Police Station drauf. Lass mal ins andere Haus. Komm. Ich hab... Blick drauf. Ich hab auch... Scher weg. Ich hab auch... Scher weg. Ich hab auch... Scher weg. Soll ich schießen? Ja, nein. Schieß, mach weg. Schieß, schieß, feier, feier, feier. Mach ihn weg. Hat überlebt. Ja. Oh, zog mit in mir. Uiuiuiui. Er kommt bei dir, Alex. Er kommt bei dir rum. Ja, ja. Das war ein Spotter. Das war ein Spotter. Ja. Easy. Der war auch nackt. Der hatte keine Klamotten an. Hier oben ist auch noch eine Kiste auf dem Dach, ne? Eine Waffenkiste. K98, zwei Katanas. Ach du, hier ist ein Wanderrucksack. Ja, aber der ist leer. Ah, okay. Easy. Lass nicht mehr auf den Ballern. Wenn das nur ein Spotter ist, scheiß drauf. Ja, doch, wenn er tot ist, ist umso besser. Dann kann er nicht zurückfahren und... Okay, der kommt gleich bei mir vorbei. Hier oben ist eine M82 drin, ne? In der Küste. Wir schlagen. Wir sind in den goldenen Floss gelockt. Verschiegt. 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 Der backt so sehr. Das kriegt man nicht hin. Ja. Aber ich hab ihm gut Hits gegeben. Er hat von Mario auch schon einen Hit bekommen. Der zieht durch. Oh. Der ist hier bei uns. Der hält im Osten. Willi bei mir ist. Kann man kurz Bienenpottel rein? Am Polisdächtchen ist so schön zum Halten, Alter. Willi wollen wir nach einem weiteren Schwank suchen? Ja. Ich hab bei mir eine Kiste gefunden. Gelockte. Hab ihn down. Nice. Nice. Auto steht hier. Ähm, Supermarkt auch zwei Kisten. Ja. Alex ist dreistöckige Gebäude, wo du grad hinter dir isst. Warst du da am Speicher oben? Äh, ich war da noch nicht. Richtung Süd. Willi, wir müssen das Haus wechseln. Das Haus wird der Safe gecallt haben. Ja, check. Komm zu mir. Komm zu mir. Ich will wissen wer das war. Damit wir wissen. Wo ist der BCU-Chip, Mann? Ich mach die Kirche wieder zu. Check. Klein pill und dann am Boden Willi beeilt dich. Ja. Ja. Das war Sister. Hm. Von der Enklave. Wir ficken die. Alex, geh mal Richtung Nord-Osten. Arthur, rechts von dir. Rechts von dir. Das Haus mit zwei Stöcken. Dach drüber. Das Dach hat einen Speicher oben drin. Da kann man rein mit der Leiter. Okay, check. Ich gucke. Check das mal ab. Ich check das. Mach mal die Kiste hier. Mach mal die Kiste bei mir. Oh, hier zwei Kisten bei mir. Ich komme, ich komme. Ich komme alle. Hier sind vier Schutzwesten und eines gelockt. Rucksack dabei, falls was ist. Ist offen. Zwei Häuser mit drei Stöcken. M16. Nehm mal mit. Wils, brauchst du? Nimm mit. Ich brauche. Also, ich brauche nur die Moon. Ja, nimm mit. Nimm mit. Ich nehme das Leuchtpunktvisier, packe ich ein. Ich brauche hier einen Picker. Ich komme gleich hatte. Check. Mir geht schon mal nicht in den Speicher. Check nächstes Haus. Ich lege mich in den TD im Wald. Ich komme zu dir jetzt, Arthur. Ich bin bei dir, Arthur. Mhm. Oben. Ich habe die Kiste nach oben gebracht, damit wir safe sind. Äh, steht da ein Auto in der Garage? Oh, nice. Eine Kiste mit SVD und allem drum und dran. Ist offen, Arthur. Eine zumindest. Ja, das war auch die einzige. Alter. M82. Alter. Die Kiste muss hier weg. Ich würde die alle in die Police Station bringen. Und hier sind vier Granaten drin, Jungs. Yo. Nehmt die mit. Die direkt. Ich nehme zwei raus, Arthur. Mhm. Ich nehme eine mit. Ich nehme so lange zwei einfach mit. Ich nehme auch einen Rucksack jetzt. Hier bei mir sind viele Rucksäcke. Willi. Alles gut. Ich habe einen. Die AK mit Tommel und so. Oh, die Kiste muss hier eigentlich weg. Ne, der Schrank gefunden. Weiß. Äh, Nordwesten. Äh, Nordwesten. Ja, das war noch eine Kiste. Die beiden Scheiß auf den Rest, oder? Könnte einfach knacken. Die Kisten laden die rumziehen. Die Kisten würde ich mitziehen auf jeden Fall. Äh, goldenes Lock. Aber wir warten, wir müssen die gar nicht locken. Äh, anlocken. Ne. Ich habe hier eine auf, ne. Symbolisch da. Okay, wer kommt das, wer teilt sich wo auf? Ich würde zu dir kommen, Nox. Ich liege noch im Wald und hab nix. Ich würde diese Kiste hier mit meinem Leben verteidigen. Nein, nimm die mit. Du kannst sie doch mitziehen. Ja, aber wohin sollen wir die ziehen? Wo wir die schränken? Man darf doch keine Kisten bewegen, oder? Nicht. Bei dem Raid nicht. Dann würde ich die looten und das ganze Loot einfach mitnehmen. Und dann ins Dings packen. Wir können die Kiste auch hier oben auf dem Dachboden verstecken, Arthur. Achso. Ja. Ich habe einen Schrank gefunden. Weiß. Farmery, Farmery. Ja, dann lass alle drei Covern, oder? Achso, komm, wir gehen. Covern. Ich würde jetzt nicht so groß ausspült. Das kann sein, dass gerade drei Fliegen sind, wenn man zwei Leute wechseln. Ja. Ich brauche jetzt mal ein Schick hier hin. Willi, dann gehen du und Alex. Du, die entscheidend nicht bleibt mir bei der Kiste. Die ist so voll die Kiste. Und von hier kann ich auch in eure Richtung gucken. Police Station und einen Stock zurück runter und auf Alex Kiste. Ja. In das Haus schauen. Ich bin bei Alex. Ich habe Axie auf die Kiste, auf das Schild geschrieben. Wir müssen anderthalb Stunden noch verteidigen. Ja. Ich bin nicht aufgegangen. Ist nach außen. Arthur, du brauchst nicht checken. Mach lieber ein Schild in der Police Station. Okay. Wir versuchen das hier zu halten. Nochmal für alle fahren. Alex Steps, Süden. Rene, kannst du mit Steps aufhören, bitte. Lauf in die Police Station. Ja, ja, ja. Arthur, links von uns. Zwischen den Häusern. Er kommt in deine Richtung quasi. Gleich aufhören. Ja, links von dir ungefähr. Ich bin jetzt in die Police Station gelaufen. Okay, okay. Easy, easy, easy. Richtung Arthur oder was? Zwischen Arthur und mir. Zwischen Arthur und mir. Ungefähr. Wo ist die Kiste? Hier oben? Zellen. In den Zellen. Einer ist hier oben im Gebäude gegenüber von der Farmery. Ich freue mich auch Axie drauf, ne? Ja, Schlepper Axie. Wir haben hier auch Axie geschrieben. Alex Westlich war rascheln im Busch. Ja. Wart mal, ich bin von euch... Äh, nördlich. Totz. Ne Pampe. Totz. Nein, das waren wir nicht. Die waren aber nord- äh, östlich. Die kamen von der Kirche, oder? Ja, die kamen aus Richtung Kirche. Die kamen in die Kirche. Axie steht. Ich geh mich dann gleich wieder in mein Haus bewegen. Vorsicht, Vorsicht im Haus. Arthur, siehst du das zwischen dir und mir, das Haus? Ich seh dort Wand, Bruder. Doppelsteckig. Doppelsteckig zwischen uns. Ich seh's. Da ist einer. Von da kommen Steps. Ja. Kirche. Ich zeig bei der Kirche. Ja, vor der Kirche direkt. Laufen sie rum. Ja, egal. Lass die sich betriegen. Das Rohflinte. Willi, Steps bei mir? Ja, ich steppe. Ich würde wieder gerne in mein Haus gehen. Ja, Arthur, versuch. Oh, wie viele da rumlaufen. Boah, das ist richtig Action. Das ist richtig Action. Ja, klar. Klaus bei mir Schüsse. Ja, vor uns im Haus. Oder dahinter. Wir haben einfach schon alles schränkt. Arthur, sei nicht so killgeil. Ich bin nicht killgeil. Ich geh nur wieder in mein Haus, dass ich dafür. Ich seh' ein Bambi. Ich seh' ein Bambi. Ich seh' ein Bambi. Ich seh' ein Bambi. Nicht schießen. Nein, gegiert. Er aimt sich ab. Ich könnte grad so in sein Kopf wichsen. Der auch. Kommt noch. Er verbindet sich grad. Können auch einen komplett wegmachen, alter. Dicker, dass wir nicht schießen wollen? Ja, sicher. Schieß doch. Bies, tötet die alle. Aber nehmen doch nicht aus den Gebäuden, wo wir die Schrinke haben. Er ist da. Oh, Leute. Der Wasser und Marain rauszoomen. Alt, oder? Alt und schießen. Nachladen. Ich seh' ein. Schieß. Ich muss kurz Stamina ragen. Er ist im Gebäude. Gegenüber. Haupteisgang raus. Gegiert. Besse. Hast du gesteppt noch? Ja. Dick, ich seh' einen in dem Gebäude, das du bequem hast, Alex. Für Schüsse kickt der Rennig. Schüsse kann ja Rennig zahlen. Arne, das ist Arthur. Ah, ich seh'n. Seh'n auch. Aua, aua. Ich hab' ihn down. Ich hab' ihn down, Arthur. Bei mir kommt aus einer anderen Rächtung Schüsse rein. Axi, steppst du hier grad rum? Ja, 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 ja. Der hat links im Fenster nochmal gepiekt, Alex. Ja. Arthur, von wo kannst du gesehen werden? Wir sind genau gegenüber von euch, oder was? Äh, entweder Norden oder Westen. Eine von den beiden Läuftungen. Hab' ihn. Hab' ihn. Hab' ihn. Gut, 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 gut. Gegenüber bei uns im Haus. Zwei Minus. Phil? Hm? Hier von dir aus ins Nordwesten. Ich hab' ihn auf die Treppe schießen, ne? Pappen-Bambidon. Schön. Schuss. Buschkopf. Ich bin gerannt. Ah, ich hab' ihn gesehen. Seien wir noch da oben? Nein, in das Haus läuft noch einer. Da sind jetzt zwei drin, Alex. Danke. Du schießt? Ich hab' geschossen. Ich muss Posi wechseln. Er weiß, wo ich bin. Aber er weiß nicht, wo du bist. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Bambi läuft ja hinterher. Alles klar, Alex. Ich bin wieder geklappt. Von mir aus Steps. Nord-Westen. Let's shot, alter. Ich seh' zwei Bambis. Mach sie. Hi. Mach sie. Die sind jetzt hinter einem Haus verschwunden. Ähm, das müsste südöstlich sein. Südöstlich? Genau. Da hab' ich keine Sicht drauf. Alex aus Süden kommen Schüsse. Auf dich. Nein, der ist nicht auf mich. Aber ich hab' da gleich Sicht drauf, wenn die pieken. Ein Bambi down, den er erschossen hat. Ich hab' den Schützen down. René, komm mal wieder auf den Steppen. Ich geh' gerade raus. Ich weiß' wie möglich. Wir entfernen's nicht, oder? Entfernen's Steps, ja? Ja, ja, der ist rechts von mir. Mal push' den nicht, lass' dich lieber pushen. Das ist, dass wir hier sind, in der Police Station. Nicht, oder? Nein, 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 nein. Wir sind viel weiter weg. Läuft's von der Kirche raus? Ja. Den könnte ich sehen, vielleicht. Vielleicht Kirchturm. Ah, läuft wieder. Komm, glaubt, glaubt sie dann leicht mit Dolin. Ja, Kirche viele wieder. Wie sie? Warte. Der ist rundown. Einer close bei mir. Arthur? Ja, die sind in der Kirche. Wenn du dich anguckst, rechts von dir. Von mir. Wenn ich dich angucke, rechts von dir. Ja, knapp rechts unter mir. Steps bei mir close. Ich kann nicht pieken. Der Schütz von von hat mich immer noch im Blick. Ich hab' die Treppe, Knox. Ich bin bei der Police Station. Alex, ich wechseln, posieren das andere Haus da. Er moved. Er moved über den Friedhof. Nee doch nicht. Pit. Aber ich weiß nicht, ob er down ist. Oh fuck daneben. Von der Stadt aus. Da in einem Haus ist einer. Von der Stadt aus, hinten links an der Ecke vom Friedhof habe ich angehützt. Mhm. Aber ich krieg' nicht. Ja, krieg' ich mit. Ich hab' hier einen Daumen, Alex. Richtung, Richtung Osten im Wald. Direkt Anfang vor dem Waldstück. Da sind welche drin, zwei Leute mindestens. Willi, Südosten wieder. Ja. Sätze. Das waren Toxic und Loki-Laka hier, Alex. Nice, nice. Marius, spring kurz. Jop. Daneben? Fuck. Wo ist der? Schloß. Hast du das gehört? Außen von dir. Ja, Willi, östlich von dir in einem Haus direkt ist einer. Ja. Max, willst du da schon mal ein Schild verbrettern? Äh, negativ mach' ich relativ zum Schluss. Weil das ist von außen intensivste Schild, da wisst ihr das ja nur drin hockt. Nein, du klappst nicht mit dem Schild. Die ist Seehändler-Schild. Bei mir. Das können sie von außen sehen. Fuck man, ich würd jetzt mal gerne runtergehen hier, ob da wirklich einer steppt oder ob das dieser scheiß Zombie ist. Hm. Nimm mal zwei Steps und Zombies. Tuff, tuff. Nimm mal Zombie-Steps. Ja, die sind aber öfter. Willi, sieht mich von den Steps? Es steppt noch einer? Ja, ja, ich hör's. Wo ist mein Haupteingang? Ich hab hier alles im Ding. Es raschelt bei hinter dir. Hinter mir. Ein Hintereingang raschelt. Ja. Ich kann das einsehen. Ich muss auf Alex, Alex. Left Police Station. Ich seh'n. Außerhalb. Links, neben am Friedhof ist einer. Leider nicht, leider zu spät gesehen. Der ist direkt links, neben am Friedhof. Ich rasch in das Haus zurück, wo ich vorher drin war. Er hat geschossen. Da ist das Rascheln, Willi. Ja. Ich hab geschossen, ich glaub es. Ich kann das. Erst mal rein. Bin füllen. Ich hab ein Minus. Ich hab ein Minus. Schön hatte. Jetzt Minus. Ja, nice, 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 nice. Der wollte gerade auf euch sparen, ja? Der hier ist auch down. Sehr schön, Jungs. Ich würde jetzt anders Position beziehen. Der weiß jetzt locker, dass ich hier bin. Ich würde in das Haus östlich von dir gehen, Mario. Alex, hier hast du gerade nachgeladen. Alex, ich lauf zurück. Alex, ich lauf zurück. Oh, ich kann von hier in Busch einzählen. Event gibt es 23.20. Ich hab nachher schon mal Atom bekommen. Ist down, Alex. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Keine Steps. Meine Straßenseite wieder. Will Schwein. Darf ich? Darf ich, Tim? Ich seh da keinen. Ja. Ja, es scheiß drauf. Darf ich die Munition aus den Kisten klauen? Ja, klar. Bedienes. Na, einfach mit. Pieper in meinem Haus. What the fuck? Das macht es. Spawn die Admins. Ich muss die aus, Digga. Exikon, Sie kurz mal Treppe bedecken, bitte. Was soll die Scheiße? Bist du tot oder was? Nein. Ich hab die Treppe. Auch die Lootkiste hier fast. Digga, der ganze Loot ist nutzlos jetzt hier aus der Kiste. Ja, wo ist denn die Küche rein? Ganz von außen alles wegsnappen. Vor mir im Haus sitzt einer, äh, nordwestlich. Wenn er sich zeigt, ist er down. Da in einem gesmockt Gebäude war auch Kontakt, hat Hits bekommen. Na, Bambi Hose. Ruhe. Er läuft nach hinten weg. Kommt zurück. Bei Bambis auszahlt der Stadt down. Sehr schön. Bei mir im Gebäude. Arthur wieder zwischen uns. Einer Minus. Da sind Tex. Ja, Alex, warte. Er stepped in deine Richtung. Ja, hier ist ein Full-Gedierter auch. Ja, hier ist ein Full-Gedierter auch. Das neben der Farmery direkt. Ja, ich hör. Er ist direkt rechts neben dir. Ja. Das ist so ein kleines Scheunengebäude. Da muss er drin sein, ungefähr auf meiner Höhe. Ich gucke mit in das Scheunengebäude. Ich hab die nördlichen Fenster. Ja, der ist da drin, safe. Ja. Ich schieße einmal, um ihn zu locken. Er bewegt sich da drin. Es kommt noch einer zu dir. Ja, ein Bambi läuft. Ja, ja, ja. Ist es rasch, Arthur? Ja. Aber das Fenster kann ich nicht einsehen. Ich geh auch nicht runter. Es ist easy. Es ist easy. Kommt durch. Einer südwestlich und einer südöstlich bei mir. Oh, ja, da ist direkt in deinem Haus, Alex. Mit Gilly. Ja, er läuft rein. Nee, er ist in dem Haus. Ah, ich weiß, ich weiß, ich weiß, wo er ist. Easy. Er steppt nördlich von mir. Ah, nee, das ist ein Tier, alles easy. Nee, bei dir ist gleich auch ein Wildschwein. Nichts. Nichts. Selbst bei mir östlich? In mein Haus heim? In dein Haus rein? Ja. Check. Ich guck mal, ob ich einen Winkel habe. Der ist drin oder was? Ah, nee, der ist dahinter. Ah, nee, hier ist noch einer drin. Ich hab' ihm mehrere Hits gegeben. Einer ist genau unter dir. Ich hab' ihn gesehen. Ich hab' auch einen verwundet. Die waren zwei im Gebäude. Okay. Er hat geschossen. Er seh' ich nicht. Hm. Nur Tombo. Hat die Akteur zugemacht? Jetzt kurz stamina riggen. Hey Moment. Ich kann Granate runterwerfen? Ja, versuch' mal. Kloppen lassen. Kurt? Sehr schön. Nice. Good job, mate. Du bist sicher, dass deiner drin ist. Da ist wieder keiner. Da hab' ich ihn angeschossen. Da hat er sich hingelegt und da hab' ich ihn noch vor zwei Minuten gesehen. Sondern muss er irgendwo in der Umgebung am Crouchen sein. Loll, da ist noch keiner. Ja, da sind zwei bei Diator. Ich werfe noch eine Granate. Ich bin tot. Bist du bei einer Leiche? Ich hab' ihn getroffen am Kopf. Aber er ist nicht tot, oder? Ich hab' viel Loot dabei. Schossen Nord-Neun-Osten. 2-1-80 und SPD. Jo. Ich pushe in das Haus von Arthur. Er ist down. Sehr schön. Falls die Deckung fürs Arthur wieder da ist. Ich bin dicht gespawnt. Oben ist viel, viel Loot, Digger. Das war Sartek. Ich meint. Pod wieder da. Ich hole noch einmal Stamina, Willi. Ich baue jetzt die Schild, ne? Ja. In der Kirche ist oben einer drin. Vorsicht. Kirchturm. Oberstes Stockweg. Ja. Man hat kurz seine Waffe gesehen. Ich halte hier für dich, Arthur. sofort wieder da ist. Oh, nice. Wölfe außerhalb. Einer pusht aus Osten Richtung Norden. Ich seh, ich seh, ich seh, ich seh. Hier, bei Alex am Haus lang. Ist down in der Garage. Nice. Der ist in der Garage gelaufen. Der war voll geliebt. Ich bin im Haus. Ja. Ach ne, das war ein Zombie. Ah, der Zombie läuft an das Haus rein. Gesehen? Ne, ich hab auf das Bambi geschossen, aber nicht gehiftet. Ja. 29 Minuten noch, Jungs. Ich bin das gemütlich runter. Nehm Bambi im Arsch, der will. Ich schaue ihn mal drauf. Hab ihn down. Nice. Ja. Digga, das lag dort übel. Der stirbt, ich höre das Geräusch. Um 10 Sekunden später kommt ein Schuss. Bambi minus. Da müssen wir... Sieht dich von mir, kommt angelaufen. Ich komm Alex. Er kommt jetzt. Hab ihn. Weg. Schön. Ja, down. Sniper aus dem Norden sind echt nicht aufgetaucht. Äh, aus dem Westen. Westen. Ja. Die haben 82, waren aus dem Norden und Westen. Du rasierst so, du hast schon 800 Punkte. Danach gewinnt gleich Base Raid. Ja. Ich hab noch keinen Schaden bekommen. Ohne Witz. Ja, ja, ja. Ich geb noch einen Call, oder? Ach, das war kein Joke. Da ist ja echt ein Bär auf der Police Station. Ja. Ja, nein schon, ja. Alter. Muss kurz pissen. Arthur, alles okay? Ja, alles okay. Auf mich schießt keiner. Ein aus der Garage rausgerannt. Äh, Arthur. Von dir. Südlich. Hab ihn. Ist minus. Nice. Mach an. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Da ist noch irgendwas drin, Alter. Die schimmelt da so krass drin. Ich will einen kleinen Schlitz ruhig in Serie. Passt. Mach ihn. Süden kommt wieder jemand, Veli. Süden kommt. Check, hey. Der will bestimmt gleich pushen. Auf den letzten Minuten. Er läuft. Kann ich durch diese Fenster schießen. Direkt vor dir. Außerhalb. Außerhalb. Hab ihn. Nice. Wenn nicht, hab Klaus bei diesen Steps gewesen. So, Loki. Lacka. Axie. Jetzt Axie gewinnt dreimal. Axie verlässt den Squad. Oh, bin down, bin down. Event beendet. Natürlich. Gut, dann mach den Scheiß ja nämlich wieder mit. Oh, Jungs, das war geil, Alter. Elf Kills. Ich schwöre, das war geil. Oh, schwarzer Combat Helm. Oh, Digga, hier ist auch noch saftig Loot drin. René? Yes. Ja, imaginäres High Five, okay? Imaginäres. Puff. Ich zieh die Kiste mit. Deathmatch. Deathmatch. Raus, 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 raus. Was, 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 was? Deathmatch in der Stadt gestartet. Raus, raus, raus. Welche Richtung? Dort? Süden. 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 Auffack. Auffack. Geil so lostis, Alter. Ich bin draußen. Ich hab' keine Ausdauer mehr. Ich hab' auch. Ich hab' auch. Ich hab' auch keine Ausdauer mehr. Da stehen noch die Kisten mit Loot. Ja, und jetzt läuft mir dagegen. Kommen wir nicht mehr weg. Digga, ja, kommt durch die Mauer durchschließend. Ich bin health critical. René, kannst du mich eventuell holen? Naja. Ich bin genau an der Grenze, Digga, aber wir wussten. Keine Ahnung, was mir rot durchgekuckt hat. Ich glaub' du meinst, wer geht. Ist mir egal, irgendwer. Äh, kannst du sagen, dass die Zone mich eben grad mitzieht? Nein, eigentlich nicht. Phil, die Kiste, die du hinterher gezogen hast, war leer. Phil, du siehst mich? Ja, ich sehe dich. Ah, bester Mann, Digga. Keine Ahnung, Alter. Buken. Edmund, oder was? Neun Leute sind da drinnen. Ja, ist klar. Arthurs, verbinde Mario. Komm, rin. Jo. Oh, fuck. Hab' ich meine Waffe gedroppt? Warte, Willi, äh, Arthur, du sagst, wenn du vermunden hast. Ja, ganz ehrlich, der Edmund ist doch ein Terraspasti jetzt noch ernst. Digga, ist halt echt so, Alter. Ja, es ist doch lächerlich. Du gibst Kolben nicht, kein Auto. Uff. Mann. Hey, was? Ich bin down. Hier sind eben deine Waffenmage. Wo bist du down gegangen? Ja, an der Zone würde ich an gelaufen. Außerhalb. Ich hab' Schüsse bekommen. Von. Ja, dann lauf doch da nach hinten, Mann. Ja, dein Problem ist, die rennen durch die Zone und können dich abschießen. Nee, die rennen durch die Zone. Du kannst aus der Zone rausrennen und noch schießen. Ja, ich auch. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Warum geht ihr auch viel an die Zone? Ich bin nicht an der Zone. Ich bin locker 30 Meter weit weg oder so. Ah, okay. 30 Meter ist aber nicht viel. Ja, keine Ahnung. Ich muss weglaufen. Ich muss weglaufen. Arthur. Jo. Hier ist es bei der Garage. Es ist der Garage Paar. Also wo mehrere Garage aufeinander sind? Oder die aufeinander sind? Ne, das war in der Werkstatt dahinter. In der Richtung. Uiuiui. Ah, nein. Ich bin locker. Ich bin locker. In der Richtung. Ich bin locker.